Musik Ich sage es den ersten Infogiganten an. Der erste Infogigant jetzt dieser Runde ist jener Mann, der bei uns in Kla.TV, er war der erste, der mit seinem Mobilfunkfilm, es war ein Warnruf, der erste, der die 2-Millionen-Zuschauer-Grenze gesprengt hat in unseren Kla.TV-Portalen. Wir sind ja mittlerweile immer wieder über die Millionen hinaus, verstreut täglich geht es in mehrere Millionen, aber er war der erste auf unseren eigenen Portalen, der die 2-Millionen-Grenze gesprengt hat. Er hat auch ein Buch geschrieben, eine Broschüre über den Mobilfunk. Ich heisse herzlich willkommen Klaus Weber. Du hast heute einen 12-Säulengiganten. Gut, er geht in die Startposition. Klaus Weber Geboren 1966, verheiratet. 1984 bis 1987, Ausbildung zum Molkereifachmann. 1997 bis 1998, Weiterbildung zum Molkereimeister. Die erste AZK-Konferenz im Februar 2008 hat sein Leben grundlegend verändert. Inspiriert durch den Vortrag Strahlung durch Mobilfunk von Dr. Med. Hans-Christoph Scheiner, hat er sein Leben zu einem erheblichen Teil in die Aufklärung über die Gefahren der Mobilfunktechnologie investiert. Später auch zu anderen Aufklärungsthemen. Publikationen 2010 Infobroschüre Mobilfunk die verschwiegene Gefahr 2013 Dokumentarfilm Mobilfunk die verschwiegene Gefahr 2016 Infobroschüre Terroranschläge unter der Lupe 2019 Infobroschüre von 2010 in vierter und fünfter Auflage mit Sonderteil zu 5G 2019 Informationsschrift Handreichung zum Strahlenschutz 2019 Video dringender Weckruf 5G ist Gefahr für Leib und Leben mit inzwischen über 2 Millionen Zugriffen im Internet Sein Thema heute der betrügerische Softwarefehler der Mobilfunklobby Los Klaus Du darfst reinstehen, ich möchte bevor du ganz startest einfach kurz sagen, also jetzt geht es dann richtig in die Komprimierungsphase, 12 Punkte sagst du uns, aber mich würde doch noch interessieren, bevor du richtig startest, Klaus, in deinem Titel sagst du, du redest da von einem betrügerischen Softwarefehler, also die tun mir ja schon leid, die das einen Fehler gemacht haben in der Software, aber vielleicht kannst du zudem noch kurz was sagen, was du damit meinst, damit wir das nachher besser verstehen Ja, also dieser Begriff ist in Anführungszeichen gesetzt und zwar weil es nicht um einen tatsächlichen Softwarefehler geht, sondern es ist eigentlich ein Vergleich, ein Vergleich zur Automobillobby Und das haben sicherlich alle mitbekommen, was da gelaufen ist, also konnte sich niemand vorstellen, dass der Manager angeklagt sind und dass die sogar mit ins Gefängnis kommen, riesige Geldsumme bezahlt werden musste Und weil sie eine Betrugssoftware eingebaut haben, es war ein Betrug, den sie gemacht haben und ich möchte heute in dem Info-Gigant etwas aufzeigen, wo ich sage, das sind Peanuts gegen das, was in diesen zwölf Fragen jetzt kommt Okay, die Zeit läuft mit In einer Minute auf M-Punkt zu bringen Klaus Go Und los Erstens Auf welchem Fundament gründet der aktuell gültige Grenzwert für Mobilfunk? Drei Zwei Eins Natürliche Strahlung 0,0001 Mikrowatt Grenzwert für UMTS in Deutschland 10 Millionen Mikrowatt Der Grenzwert liegt zum 10 hoch 13 über der Vorgabe der Natur Dies ist wie die Lichtgeschwindigkeit als Tempolimit innerorts Warum ist der Grenzwert so astronomisch hoch mit dem natürlichen Wert? Weil der Grenzwert auf der Annahme beruht, dass beim Mobilfunk nur durch Hitzewirkung eine Gefahr ausgeht Im Vergleich wäre dies so, als würde man die Radioaktivität mit dem Thermometer messen und nur die Hitzewelle beim Atomwombenabwurf für gefährlich erklären Der Grenzwert leugnet kategorisch jede nicht-thermische Wirkung, zum Beispiel biologische, chemische, hormonelle Wirkung Definition, der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um ein Grad erwärmt Langzeitwirkungen bleiben unberücksichtigt Der Grenzwert schützt nur vor kurzfristigen, unmittelbaren Auswirkungen durch erhöhte Gewebetemperatur Das Fundament des Grenzwerts ist mit dem harten Zement des Dogmas Es gibt nur thermische Wirkungen zementiert worden Durch dieses Dogma wurde gleichzeitig der folgenschwere Softwarefehler einzementiert Krass, nicht mal eine Sekunde überzogen, also ganz stark Der Softwarefehler ist drin Zweitens Hält die These, dass es nur thermische Wirkungen durch Mobilfunk gibt, einer Prüfung stand? Beispiele für Wirkungen, die durch einen Wärmeeffekt nicht plausibel erklärt werden können Unbestrahlte Gresse sieht nach 30 Tagen so aus Mit WLAN bzw. deckt bestrahlte Gresse sieht nach 30 Tagen so aus Ein normales Rattenhirn sieht so aus Bei Versuchen mit über 1000 bestrahlten Ratten sah das Rattenhirn so aus Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden So sieht das Blutbild eines Menschen aus So sieht das Blutbild nach einem kurzen Handy-Telefonat aus Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden So sieht die Herztätigkeit bei einem Menschen unter intervallmäßiger Bestrahlung aus So kann die Herztätigkeit unter gleicher intervallmäßiger Bestrahlung bei bestimmten elektrohypersensiblen Menschen im Blindversuch ausschauen Deckt ein, Herztätigkeit hoch Deckt aus, Herztätigkeit runter Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden Fazit, bei der Grenzwertfestlegung muss ein schwerwiegender Softwarefehler eingebaut worden sein Wir gehen gleich zum Dritten Drittens Gibt es Stimmen von unabhängigen Wissenschaftlern, die diesen Softwarefehler bestätigen? 3, 2, 1 Prof. Dr. Karl Hecht Biologische Wirkungen von elektromagnetischen Feldern bestehen unbestreitbar Diese Effekte sind nachgewiesen und zwar zweifelsfrei Schon seit Jahrzehnten Prof. Dr. Neil Cherry Es ist wissenschaftlich unhaltbar, dass es keine nicht-thermischen Wirkungen gäbe Und die geltenden Grenzwerte für die Öffentlichkeit angemessen werden Dr. Ulrich Warnke Es gibt biologische Wirkungen und Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk Einstimmiges Resümee von 16 Wissenschaftlern aus 10 Ländern Biologische Effekte durch elektromagnetische Felder im nicht-thermischen Bereich Gelten als wissenschaftlich gesichert Prof. Dr. Franz Adelkofer Da die Grenzwerte auf einer Vorstellung beruhen, die ohne wissenschaftliche Grundlage ist Müssten sie möglichst rasch durch biologisch begründete Grenzwerte ersetzt werden Dr. Lebrecht von Glitzing Gepulste Mikrowellen verändern die menschlichen Gehirnströme Das ist im EEG bei Strahlungsstärken von 1000 Mikrowatt nach wenigen Minuten nachweisbar Auch der Schweizer Bundesrat muss 2015 diese biologischen Effekte zugeben Nach wissenschaftlichen Kriterien ausreichend nachgewiesen ist eine Beeinflussung der Hirnströme Viertens Wer hat diesen betrügerischen Softwarefehler eingebaut? Drei, zwei, eins Der Softwarefehler, den nahezu alle Regierungen weltweit übernommen haben, geht auf den privaten Verein IRKNIP mit circa 14 Mitgliedern zurück IRKNIP ist ein Closed Club Er beruft seine Mitglieder selbst und stellt keiner Kontrollinstanz Der Tagesspiegel spricht vom IRKNIP-Kartell Verflechtungen Der Verein residiert mietfrei im Bundesamt für Strahlenschutz Kurz BFS in München Zweitens, die Bundesregierung zahlt jährlich 100.000 Euro an IRKNIP Im aktuellen Funk-Forschungsprogramm der WHO arbeiten vier der sechs Gremiummitglieder für IRKNIP Im wissenschaftlichen Ausschuss zu neuen Gesundheitsrisiken der EU-Kommission stellt IRKNIP vier der zwölf Mitglieder Schlüsselpersonen Michael Rebacioli, australischer Physiker, Biologe Gründungsmitglied der IRKNIP 1992 und dessen erster Vorsitzender Architekt des Softwarefehlers Danach wechselt er als Wächter über den Softwarefehler zur WHO in höchster Stellung Er hält jährlich 150.000 US-Dollar für die Projekte von der Industrie und wechselt nach seinem Ausscheiden in die Industrie Professor Jürgen Bernhard, während der staatlichen Grenzwertgesetzgebung 1998 war er Vorsitzender von IRKNIP Abteilungsleiter im Bundesbank für Strahlenschutz und Vorsitzender der Strahlenschutzkommission Er kontrolliert sich somit selber Klaus, aber etwas würde mich doch noch interessieren IRKNIP habe ich jetzt auch noch nie gehört Was ist dieser IRKNIP oder was ist das für ein Verein? Ja, also es ist jetzt Englisch das heißt International Commission of Non-Ironizing Radiation Protection Also wenn ich den jedes Mal aussprechen müsste der kam glaube ich fünf, sechs Mal vor auch dann wäre es ziemlich langweiter und mir hat jemand, ich habe neulich die Aussprache gehört man spricht manchmal auch ICNIRP aber ich habe gemerkt für den Info-Gigant hört ihr dann immer IRKNIP Okay, gut, also jetzt kennen wir den IRKNIP Gut, dann geht's weiter, Klaus Frage 5 Fünftens Warum deckt das Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, den Softwarefehler nicht auf? 3, 2, 1 Wegen der Verflechtung mit IRKNIP vertritt das BFS vollumfänglich das IRKNIP-Dogma Es gibt nur thermische Wirkungen Das BFS stützt sich vorwiegend auf die eigenen Studien des deutschen Mobilfunkforschungsprogramms das zu 50% von den Betreibern finanziert wurde Wer würde auf Studien vertrauen, die die Unbedenklichkeit des Rauchens attestieren, wenn sie von Marlboro finanziert wurden? Diese Studien sind unglaubwürdig Tausende glaubwürdige wissenschaftlichen Studien, unabhängige Wissenschaftler, die Effekte belegen werden jedoch vom BFS in unfassbarer Ignoranz allesamt unglaubwürdig gemacht, um das Dogma aufrecht zu erhalten Ferner glaubt das BFS nicht, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den Beschwerden der elektrosensiblen Personen und Mobilfunk nachweisbar ist Dabei sind Beschwerden abertausender elektrosensibler Menschen der lebendige Beweis für biologische Wirkungen in der realen Praxis Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Unruhezustände, Müdigkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, Depression bis hin zum Burnout Das BFS ist nicht bereit das Grenzwertdogma der Realität anzupassen Unterhalb des Grenzwerts können keine Symptome auftreten, diese können allenfalls psychisch bedingt sein So entsorgt man die Realität, der Grenzwert ist absolut, er begrenzt auch das Denken Das BFS schützt die Strahlen und nicht die Menschen und das Amt für Strahlenschutz Sechstens Warum deckt die Politik den Softwarefehler nicht auf? Drei, zwei, eins Schon seit Jahrzehnten ist führenden Politikern die Gefahr der Strahlung voll bewusst Ex-US-Außenminister Henry Kissinger bestätigt dies wie folgt Zweifelsfrei nachgewiesen und definitiv stehen mit der Strahlung in Zusammenhang Erstens Blutbildveränderungen, Tumore, Kreislaufprobleme, neurologische Störungen Die Schäden treten oft erst nach zehn Jahren ein Ein zweiter Zeuge, Erwin Huber, Ex-Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Wir werden alles dafür tun, was Gott erlaubt und auch manches was er verbietet Um diese Innovation voranzubringen Wohl deshalb bestätigt ein Vertreter der Gesundheitsbehörde Dass die Bayerische Staatsregierung per perördeninternem Schreiben den Gesundheitsämtern untersagt hat Bei Gesundheitsproblemen durch Mobilfunksender aktiv zu werden Die Verflechtungen sind tief, zwei Beispiele Reinhard Krüger regulierte zehn Jahre lang die EU-Kommunikationsnetze 2018 wechselt er die Seite und wird EU-Lobbyist in Brüssel für Vodafone Achim Wambach, der Chef der Monopolkommission Fordert den Rückzug des Bundes aus der Deutschen Telekom Warum? Der Staat ist selbst Mobilfunkbetreiber Weil er zugleich Aktionär und Aufsichtsorgan ist Gleichzeitig überwacht das Wirtschaftsministerium, die Bundesnetzagentur und dem Staat Obliegt die Grenzwert festlegen mit Regulierung der Baugenehmigungen Weil der Staat somit nicht unabhängig ist, wird er den Softwarebetrug nicht aufdecken Jawohl, gut Warum decken die Massenmedien den Softwarefehler nicht auf? Drei, zwei, eins Auch die Medien sind eng mit der Mobilfunklobby verflochten Hier zwei Beispiele Matthias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages und Präsident des Bundes Deutscher Zeitungsverleger Bis 2007 war er Aufsichtsrat bei der Deutschen Telekom und seit 2015 ist er Aufsichtsrat bei Vodafone Zweitens das gemeinsame Forschungsprojekt 5G Today von Medien und Mobilfunklobby zeigt ebenfalls die enge Verflechtung zwischen Medien und Lobby Als in den USA auf den sozialen Plattformen ein gigantischer Skandal der höchsten US-Gesundheitsbehörde CDC öffentlich wurde Berichtete keine einzige Mainstream-Quelle darüber Der Medizinjournalist Del Bigtree folgerte daraus Das war der Moment, in dem mir klar wurde Nicht nur meine medizinische Talkshow ist von der Pharmaindustrie finanziert, sondern das gesamte Fernsehen Ebenso finanziert auch die Mobilfunklobby den Mainstream Medien begehen darum ein zweifaches Verbrechen Sie decken nicht nur den Softwarebetrug zu und bieten den Betrügern somit Schutz vor der Öffentlichkeit Sondern verfolgen obendrein noch diejenigen, die ihn aufdecken möchten, indem sie diese als unglaubwürdig verunglemmten 8. Ist der Softwarefehler nicht vielmehr eine Verschwörungstheorie? 3, 2, 1 Der Begriff Verschwörungstheorie ist eine Erfindung der CIA Weil unabhängige Aufklärer zunehmend Fakten ans Licht brachten, die auf eine direkte Beteiligung der CIA am Mord von Kennedy hindeuteten Erfand die CIA mit dem Rücken zur Wand stehend die Keule Verschwörungstheoretiker Um die aufkommenden Aufklärer unglaubwürdig zu machen Warum setzen nun auch die Mobilfunklobby und die Medien dieses Schlagwort in Bezug auf 5G inflationsartig ein? Vodafone titelt Schluss mit 5G Verschwörungstheorien Mobilfunk ist eine sichere Sache Die biologischen Effekte werden von führenden unabhängigen Wissenschaften und Experten zweifelsfrei bestätigt Es geht hier einzig und allein um biologische Gesetzmäßigkeiten Ähnlich der Schwerkraft, die man nicht wegdiskutieren kann Nur wer am Ende der Fahnenstange der sachlichen Argumente angekommen ist Und ebenfalls mit dem Rücken zur Wand steht Muss als letztes Mittel diffamieren, spalten und die Keule Verschwörungstheoretiker einsetzen Er zeigt dadurch nur seinen Bankrott an Fokus titelt Schweizer Verschwörungsseite verbreitet Panik vor 5G Die unzweifelhaften biologischen Gesetzmäßigkeiten der Mobilfunkstrahlung Fragen nicht nach Rasse, Geschlecht, Religion oder politischer Überzeugung Sie treffen alle gleich Somit ist dieser Begriff nur eine gezielte Ablenkung vom tatsächlichen Sachverhalt Vielmehr müsste die Frage gestellt werden Cui bono, wer profitiert davon? Übrigens, in den USA ist die Mobilfunklobby bereits wegen Verschwörung angeklagt Und hat in erster Instanz verloren Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern der Bankrott der Lobby steht bevor 9. Gibt es bereits Gerichtsurteile zum Softwarefehler? 3, 2, 1 USA 2014 Lobby unterliegt im größten Schadenersatzprozess der US-Geschichte in erster Instanz Richter befand nach Anhörung unabhängiger Wissenschaftler, dass Mobilfunk sehr wahrscheinlich Krebs auslöst USA 2019 Sammelklage gegen Apple und Samsung eingereicht wegen zu hoher Handy-Strahlenwerte Frankreich 2015 Elektrosensible Französin erhält per Gerichtsbeschluss staatliche Hilfe Indien 2017 Höchstes indisches Gericht verbietet die Aufstellung von Mobilfunkmasten in der Nähe von Schulen und Hospitälern Italien 2017 Gericht in Eufreia erkennt Gehirntumor als Folge von Handy-Telefonieren an Auch das höchste italienische Gericht in Rom hat diesen Zusammenhang bereits 2012 bestätigt Italien 2019 Gericht in Florenz verfügt wegen einer elektrohypersensiblen Schülerin die sofortige Entfernung von WLAN aus der Schule Italien 2019 Verwaltungsgericht Latium verurteilt 3-Ministerium, dass sie ehrlich und umfassend über die Gefährlichkeit mobiler Medien aufklären müssen Eilmeldung Mobilfunklobby warnt 2019 ihre Aktionäre vor Gewinneindruck wegen pro und der Gerichtsprozessen Nicht aber die Kunden vor Gesundheitsgefahren Eilmeldung Gut Klaus Also das ist alles miteinander richtig starker Tubak, aber noch nicht ganz genug Ich würde mich halt schon fragen, warum werden die nicht zur Rechenschaft gezogen Zehntens Müssen die Verantwortlichen für diesen Softwarefehler nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Drei, zwei, eins Hier das Strafmaß der Staatsanwaltschaft für die Dieselgate-Betrugsoftware Audi 800 Millionen Euro, Porsche 535 Millionen Euro VW zahlte bisher insgesamt 30.000 Millionen Euro Die VW-Chefs Winterkorn, Diess sowie Audibus, Stadler müssen mit längeren Haftstrafen rechnen Die US-Justiz hat bereits zwei VW-Manager zu drei bzw. sieben Jahren Haft verurteilt Die Anklage lautet sogar auf Verschwörung Welch ein Strafmaß muss jedoch gefordert werden, wenn über Jahrzehnte wieder besseres Wissen eine Schutzwirkung von Grenzwerten propagiert wird, die es nie gegeben hat Wie viele Krebsfälle, wie viele Demenzkranke, wie viele Schlaganfälle hätte es niemals gegeben? Niemals können die Langzeitschäden an Menschen, Tieren und der gesamten Schöpfung in Geld bezahlt werden Den Verantwortlichen wird Vorsatz nachgewiesen werden können, weil Erstens, Prof. Carlo und Prof. Sem haben in ihren lobbyfinanzierten Studien den Betrug aufgedeckt Sie durften es nicht veröffentlichen Ferner gibt es über 30.000 öffentlich publizierte Studien Zweitens, Bundesanzeiger Nr. 43, 1992 Die nicht-thermischen Zellschädigungen wurden vielfach bestätigt, sodass ihre Existenz heute als gesichert gilt Drittens, die Swisscorp gibt in ihren eigenen WLAN-Patentanmeldungen zu Die Schädigung der Erbschutzstanz Menschlicher Pluszell ist klar nachgewiesen Wo bleibt hier die Staatsanwaltschaft? Elftens Wer übernimmt die Haftung für die Schäden durch den Softwarefehler? Drei, zwei, eins Julius von Rotenhahn, Sprecher der Frank-Hona-Rückversicherung, sagte bereits 1994 vor dem Landtag in Düsseldorf Wir stellen uns auf hohe Schadensansprüche ein Sollte die biologische Gefahr durch elektromagnetische Mobilfunkstahlung nachgewiesen werden Dann wäre dies der größte Schadenspotenzial, das die Versicherungsgesellschaft je zu bewältigen hatte Der große Rückversicherer Swissw warnt vor 5G Der Versicherer versichert, dass 5G nicht sicher ist und deshalb auch nicht versicherbar ist Versicherungsgesellschaften verweigern wegen unkalkulierbaren Risiken die Haftung Damit sind die Betreiber nur durch den seidenen Faden ihrer Betrugssoftware abgesichert Denn nur die astronomisch hohen politischen Grenzwerte schützen die Betreiber vor Regressansprüchen Aber auch hier haben sie bereits vorgesorgt Die Mobilfunkbetreiber haben sich nämlich selber in ihren Verträgen raffiniert abgesichert So dass bei nachweisbaren Schadensfällen zuletzt wohl nur die unkundigen Hausbesitzer Und das geschädigte Volk als Haftende zurückbleiben Um das Volk davor zu bewahren, muss gesetzlich geregelt werden Dass die Betreiber in voller Höhe für alle Schaden haften müssen Deshalb Schweizer Eidgenossen, unterstützt die Mobilfunkhaftungsinitiative Also wer die Mobilfunkhaftungsinitiative nicht kennt, die du da erwähnt hast Das wurde jetzt am 22. Oktober in der Schweiz gestartet Es hat noch eine zweite Initiative Man spürt das Volk, es steht jetzt einfach auf Wir nutzen dieses Recht in der Schweiz Und wurden diese zwei Initiativen gestartet Und unterstützt das Klaus Die 12 Letzte Runde 12. Was bedeutet der Softwarefehler im Hinblick auf 5G? 3, 2, 1 5G bedeutet dramatische Zunahme von Funkmasten Nach dem aktuell geplanten Funkmastenausbau sollen anschließend innerorts circa alle 100 Meter Antennen ohne Genehmigung montiert werden Zweitens 5G bedeutet intensivere, härtere Strahlung mit wesentlich mehr Strahlenkeulen Drittens 5G bedeutet tausende strahlende 5G-Satelliten aus dem Weltall Die Erde wird zur Mikrowelle mit unabsehbaren Folgen 5G ist der gravierendste Eingriff des Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte Die Folgen dieser Betrugssoftware werden durch 5G dramatisch sein Der britische Mikrowellenspezialist Dr. Barry Trauer sagt folgende Schäden voraus Mensch, Schäden an Augen, Haut, Fortpflanzungsorganen, Tiere, rasante Zunahme des Insekten- und Bienensterbens Pflanzen, Bäume gehen kaputt, Pflanzen werden zerstört 5G ist aber auch der Wendepunkt jahrzehntelangen Softwarebetrugs Weil die betrogenen Menschen jetzt gemeinsam aufstehen Denn diese Informationen kommen jetzt zum Volk Dieser Infogigant geht bis an die Enden der Erde durch dich Weil du selber diese Infos jetzt weiter verbreitest an alle deine Freunde Ende Zensur, unsere Zukunft ist ohne 5G Sieg des Volkes, ich habe fertig Vielen herzlichen Dank, Klaus Wir machen noch kurz, jetzt kommt eine Abrechnung Wir haben ja gesagt, ein bisschen schon Aber wir haben eine Abrechnung Jetzt müssen wir mal noch kurz schauen, Klaus Wie viel mal warst du im grünen, im orangen und im roten Bereich? Bitte, Jury, zähl das mal zusammen Das waren deine 12 Säulen Und jetzt schauen wir Okay, Klaus Dreimal grün, zweimal orange und siebenmal rot Ich habe es gezählt Okay, aber es war trotzdem kurz und knackig Und wir küren bei diesem Infogiganten, Klaus Nicht Die Zeit, sondern die Leistung Du hast verdient Den Infogiganten Klaus, das ist deins Vielen herzlichen Dank Danke Danke Und das fangige Jury dazu Und der Klaus Also, das war Klaus Vielen herzlichen Dank Von Ivo Von Andreas Popp und von der Eva Herrmann Und ich wollte mal sagen Mein Name ist Klaus Ich komme von Nikolaus Wisst ihr, was dieser Name bedeutet? Der Haupt ist Sieg des Volkes Und so möchte ich das, was ich sage Eigentlich auch ein bisschen so benennen Ich bin nicht der Professor Dr. Dr. Klaus Weber Sondern ich bin einer aus dem Volk Ich bin jemand ganz normaler Und ich merke, wir sind zusammen ein Volk Es geht nicht um Schwarz-Weiß Politisch links, rechts Mann, Frau Wir sind eigentlich eine Menschheitsfamilie Und deswegen ist mir das so Diese Herrschaft des Volkes Dass es wieder hinkommt Dass es wieder dahin kommt Und Wir sind Als Volk In eine Notlage hineingekommen Durch das, was sich jetzt eigentlich Was mit 5G auf uns zukommt Ich wollte es in diesem Infogigant Richtig rausschälen Da ist eine so brandschwarze Lüge drin Schon in den 90er Jahre eingefädelt Und die hält sich Und das ist so ein Betrug da drin In diesem Dass Politiker, Medien, überall Ihr hört nur den Standardsatz Dass das alles sicher ist Wenn die Grenzwerte eingehalten sind Ich habe versucht, das mal zu zeigen Was es eigentlich hinter diesem Grenzwert wirklich steckt Und Es gibt jetzt ganz aktuell auch Von einem Experteam von der WHO Vom 22.4.19 Mobilfunk ist schon länger als möglicherweise Krebserregend eingestuft Und die fordern jetzt aufgrund neuster Studien Dass Mobilfunk Als wahrscheinlich Krebserregend Und sogar definitiv Krebserregend eingestuft wird Und das zeigt Wenn wir In dieser Situation stehe Wo alles klar ist Wir brauchen hier nicht mehr Darüber zu diskutieren Dieser Grenzwert schützt uns nicht Und Jetzt stehen wir in dem drin Wo ich sage 5G ist Gefahr für Leib und Leben Wo es an unser Leben geht Ich sage Was machen wir jetzt als Volk Gemeinsam Da In dieser Situation Wenn es uns An Leib und Leben geht Und Ich merke einfach Da möchte ich noch ein Zitat bringen Vom Professor Volker Der das mit dem Grenzwert Genau auf den Punkt bringt Weil ich kann die Technik Den mal noch kurz einblenden Die Behauptung Einer Schutzwirkung Der Grenzwerte Ist als wissenschaftliche Falschinformation anzusehen Sie entspricht rechtlich Allen Merkmalen des Betrugs Und schließt grob fahrlässige Bis absichtliche Gefährdung Und Körperverletzung ein Also klipp und klar Wir brauchen darüber Nicht mehr zu diskutieren Und ich sage Da darf kein Politiker Eigentlich So was Es sind Lügen Es sind einfach nichts als Lügen Und man kann es auch Nicht mehr anders bezeichnen Und jetzt Danke Und jetzt war es mir einfach Ein Anliegen Von diesem Weckruf her Das mal ein bisschen Zu zeigen Da habe ich wie ein Schlüsselerlebnis gehabt Mit diesem Weckruf Und Ich habe Wir haben dieses Video Hochgeschaltet Am nächsten Tag Waren da schon 20.000 Zugriffe drauf Und auf einmal Hennen die Menschen Wir haben gesagt Dieser Weckruf Ist auch gleichzeitig Ein Aufruf Zur Weiterverbreitung Und die Menschen Hennen mitgemacht Dieses Video hat sich verbreitet Es ist Bei meinem Nachbar Rausgekommen Bei meinem Arbeitskollege Rausgekommen Das ging wirklich Richtig rum Über WhatsApp Die Leute Hennen das weiterverbreitet Und da habe ich gemerkt Der Schlüssel war Das war eine Volksbewegung Wenn ich heute Sagen möchte Es braucht hier Eine Volksbewegung Es braucht eine Bewegung Vom Volk her Und das kann so eine Dynamik Annehmen Das können wir im Moment Noch gar nicht absehen Was passieren kann Und dann Weil wir bei der Medien Eben auch waren Als dieses Video Bei 300.000 Zugriffe war Auf einmal Ich habe das schon mitgerechnet Kamen die Medien Und dann kamen Schlagzeilen Die bizarre Netztheorie Zu 5G Im Faktencheck Zweifelhaftes 5G-Warnvideo Vom Sektenführer Kursiert Auf WhatsApp Ich wusste gar nicht Dass ich Sektenführer bin Und dann hieß es Vom Panikvideo Verschwörungstheorie Und so weiter Und Ich frage mich doch Die hatte jetzt eigentlich 20 Jahre Zeit Den ganzen Betrug aufzudecken Das ist genau der Punkt Wenn die Medien Berichten würden Über die Gefahren Von 5G Wäre das Thema Innerhalb von einem Tag weg Wenn dort drüber Wirklich berichtet würde Das wird gedeckt Und Und es darf nicht So weiter gehen Dass es Dass es Dass die einfach Einfach diese Lüge Weiter verbreiten dürfen Und deswegen braucht es Diese Volksbewegung Und da habe ich gemerkt Dort sind wir Zu Mainstream geworden Dort hätten wir Unseren eigenen Kreis Durchbrochen Es ging richtig durch In die Richtig ins Volk Und jetzt möchte ich Einfach mal ganz praktisch Sagen Was meine ich jetzt Da damit Was heißt jetzt Wirklich in der Praxis Und da möchte ich Auch einen kleinen Vergleich ziehen Ihr habt am Anfang gesehen Ich bin Molgereimeister Ich habe mit Joghurt zu tun Ich habe euch was mitgebracht Ich habe jetzt fast vergessen Was war ich Ich mache Joghurt Was säuer denn an Das sind große Tanks Vielleicht mit 10.000 Glitter Und dann kommt so eine Kleine Packung rein Mit Kulturen Mit Joghurt Kulturen Und dann merkt man am Anfang Noch gar nichts Was da passiert Es tut sich wenig Aber irgendwann Gewinn kommt eine Dynamik rein Und der Joghurt säuer dann am Ende Ganz ganz schnell Und das ist mein Anliegen Wo ich weitergeben möchte Das ist diese Vermehrung Und wenn ich heute eins sagen möchte Dann möchte ich eins sagen Volksbewegung Dass ihr alle zu Joghurt Kulturen werdet Dass wir alle miteinander Dass wir alle Joghurt Kulturen werdet und das durchsäuern Und dass da was passiert Dass wir uns einreihen In eine Volksbewegung Das Volk ist der Souverän Und es darf nicht irgendwie bei einem oder zwei Weckrufe stehen bleiben Und ich sage dann ganz praktisch Reit euch damit ein Mir ist diese Weiterverbreitung so wichtig Dass ihr Videos weiterverbreitet Auch diesen Info-Giganten Dass das runterkommt Legt euch Verteiler an Genau das, was ich am Info-Giganten am Schluss auch noch gesagt habe Verbreitet Info-Material weiter Wir haben heute auf dem Stand hinter Gerade die Broschüre mit ganz vielen mitgenommen Ich merke Seit 5G Früher war es so Es war vielleicht mal eine Broschüre Dass sie mal mitgenommen hat Heute merken die Menschen Ich muss zur Joghurtkultur werden Ich muss weiterverbreiten Ich, es kommt auf mich an Dass es ins Volk reinkommt Und dann nehmen sie 20 mit Und meine Vision war immer Von Hand zu Hand weitergeben Und deswegen haben wir hier Das sehr viel dabei Und ihr dürft viel mitnehmen Einfach zum Weiterverbreiten Dass diese Volksbewegung entsteht Dass diese Informationen herausgehen Was mir noch sehr am Herzen liegt Sind die Politiker, Bürgermeister Aus Stadträte Ich habe in vielen Gesprächen gemerkt Sie sind desinformiert Sie wissen sehr viel gar nicht Und deswegen braucht es uns wieder Dass wir Ihnen diese Informationen bringen Und ich möchte einfach ein Beispiel mal nennen Von einem Bürgermeister Ein sehr ermutigendes Beispiel Das ist der Bürgermeister Peter Höss In Bad Wiessee Der hat geschrieben In der öffentlichen Sitzung Haben sie einstimmig beschlossen Einen ungeprüften Ausbau des 5G-Netzes Kritisch gegenüber zu stehen Also nicht zuzulassen Und der hat eine ganze Information Die wir eigentlich auch weiter verbreiten Die hat er gebracht Dass die Funkmaschine so viel werden Dass Satellite im Weltall Haftung und so weiter Spricht er alles in diesem Schreiben an Und das war das Verdienst von Bürgerinitiative Weil die hingegangen sind Weil die mit dem gesprochen haben Und dann ist was passiert Und genau so Gehst du auch Also haben wir noch eine andere Aktion Da möchte ich noch auf Hinweise Was auch Bürgermeister betrifft Und zwar ist das von Uli Weiner Er hat auf seiner Hat extra eine Homepage eingerichtet Für eine Bürgermeister-Patenaktion Und da laufen auch zur Zeit Verschiedene Aktionen Aber diese Bürgermeister-Patenaktion Da kann man sich ganz einfach Einen Schleiber runterladen Mit seiner Adresse ausfüllen Und kann das seinem Bürgermeister Und sagt Ich übernehme diesen Bürgermeister Dass jeder Bürgermeister Ich sage mal in Deutschland Das ist jetzt eine Aktion für Deutschland Und wie im Tatenhaus Er sagt, ich schaue dafür Dass dieser Bürgermeister Diese Information bekommt Wir brauchen eine Praxisstudie Um sie dort zu überführen Und da gibt es jetzt was ganz Neues Auf Vetopedia Dort kann man sich eintragen Es gibt eine Erfassung von Krebsstatistiken Wo man Krebsfälle melden kann Ihr seht dort auch den Link Und das ist noch ganz wichtig Dieser Verein Irrknipp Der lehnt jede Praxisstudie ab Die sind nur auf ihrer Wissenschaft Und wir können das als Volk Wirklich Denn das zeige Es stimmt einfach in der Praxis nicht Das ist nur eine Theorie Aber die Praxis zeigt was anderes Und jede Wissenschaft Die nicht in der Praxis stand Die muss abgelehnt werden Und ich danke euch dafür Und ich sage Seid ihr alle mit dabei? Macht ihr mit in dieser In dieser Weiterverbreitung Seid ihr mit in der Joghurtkultur? Jawohl Jawohl